Ich gucke jetzt schon ein bisschen, da schreibt schon der erste Hacker. Er schreibt auch schon Hacks. Chatblock-Commands scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Er schreibt auch schon Null Hacks, Bruder. Er schreibt auch schon direkt, dass ich hacken würde. Ich mach einmal kurz hier. Dann wäre es nämlich nicht so auffällig gewesen. Hacks. Okay, er schreibt auch schon Hacks. 2005 gegen Chivani, Chivani. Gibt jetzt aber nochmal bessere Rätsel, da wird es nochmal der spannende Endfight. Das war ein Fehler mit den Blöcken. Dieser Motiv-XD ist sogar ein Tag, glaube ich, 2. Die sind sogar in der Talk-Launch schon. Sollen wir runtergehen? Dieser Motiv-XD, der Grüne. Ja, lass mir Talk-Launch sein. Bis auf, dass die Runde hier gerade lag, alles gut, ja. Was lag denn? Warum lagst du? Da hab ich denn nicht irgendeine Überschrift. Lol. Darugs-Weiß, BW. Ich bin einfach schon wieder tot, ne? Ja, ich auch. Erkrankt oder so? Das war... Der war gut, Alter. Hey, wahrscheinlich gleich. Hemmels! Habt ihr aboniert auf YouTube? Ich auch. Ja, ich hab dein Motiv jetzt erstmal gebannt. Digga, was? Ja, du spielest hier die ganze Zeit rum. Hey, was hast du für ein Problem? Es gibt kein Lack, wo ihr irgendwie Speed habt. Lecheffekt... ...at a... ...speed... ...255... ...255... Da fliegt einer, ne? Ja, und wie immer noch die Auflösung des FL-Platzes. Ich konnte den jetzt leider nicht in der Aufnahme adden, weil mir irgendwie Minecraft 1000 abgekackt ist. Ähm, aber ich hab dich jetzt gleich, äh, offscreen geedit. Und, ja, wie ihr ganz einfach in die FL kommt, ist, dass ihr unter diesem Video einfach einen Kommentar mit eurem Imgennamen schreibt. Und im nächsten Video losse ich das halt quasi immer aus. Und, ja. Und, ja, würde mich mega freuen, wenn ihr vielleicht noch ein Abo dalässt. Ich hab gerade insgesamt wieder fünf Stunden an diesem Video geschnitten. Ich bin komplett broke. Und ich neide es schon an zwei Tagen noch an einem anderen Video. Das werdet ihr aber wahrscheinlich morgen sehen, wenn ich es fertig habe. Oder vielleicht in zwei Tagen erst. Aber, ja, das war's auf jeden Fall jetzt mit der Anmoderation. Viel Spaß mit dem Video. Ja, Leute, willkommen zu einer kleinen Troll-Runde. Ähm, ich schreibe jetzt erstmal kurz Alex an, dass die Runde startet. Ab der Start. Äh, so, was wir jetzt mal versuchen werden, ist, wir gehen einfach mal in Game 1 und machen so ein bisschen einen auf Hacker. Gehen wir halt direkt in Game 1. Gehen hier direkt rüber, so zu den Betten, als wären wir hier einfach mit Flyag durchfliegen. Der fällt gerade runter, da baue ich das Bett nicht ab. Ich gucke jetzt schon ein bisschen, da schreibt schon der erste Hacker. Ich will jetzt auch so ein bisschen, nur diese Runde erst mal die ganzen Betten abbauen. Ich will versuchen, alle leben zu lassen. Das heißt, wenn sie gerade in Pfalz, dann baue ich ihr Bett nicht ab. Und dann fliege ich hier nur so ein bisschen rüber, quasi. Was so ein bisschen aufs Kopfbewegung hat, wenn ich es hacken würde. Ah, das ist Shit. Das ist das Scheiße, der ist direkt raus. Gucken wir nochmal von dem Blauen an. Ich baue mal das blaue Bett noch nicht ab, sondern versuche ihn noch so ein bisschen mit Flyag sozusagen zu töten. Aber wir waren schon von der ersten Person als Hacker beleidigt. Und ich fliege einfach mal so ein bisschen rüber zu dem. Und versuche, guck mal hier, ob ich von dem hier vielleicht noch einen Hacker beleidigt werde. Und wir haben, weil es Game Mode 1 ist übrigens auch eine viel größere Range ist halt das Ding. Und deswegen werden wir ihn einfach mal so ein bisschen wie mit Range checken. Ihr seht auch schon, mit Game Mode 1 hat man einfach eine viel größere Range. Okay, die erste Runde ist jetzt nicht so gut gelaufen. Wir waren jetzt insgesamt nur von einer Person als Hacker beleidigt. Und das Schreibtletter. Wir machen da mal was anderes. Wir tp'n einmal kurz alle kurz. Wir tp'n hier einfach kurz in der Arena rein. Lassen mich mal bitte kurz in Ruhe. Wir tp'n hier jetzt einmal kurz hier rein. Machen wir einmal kurz ein Monstack Battle. Warte, wir geben euch einmal kurz Full Deer. Komm mal her. Einmal kurz Full Deer Rüstung. Und ihr macht dann einmal kurz einen Fight. Der zweite bekommt auch. Oh, der zweite ist gestorben. Der hat sich blöd dran gestellt, wa? Ja, ich wollte jetzt nur noch Full Deer uns im Battle geben. Aha, ich wollte einfach runter. Okay, ich würde sagen, dann sehen wir uns einfach in der zweiten Runde. Wir werden in der zweiten Runde jetzt so ein bisschen mit Effekten trolen. Und werden die Leute da so ein bisschen bearschen, denen es uns keine Speed-Effekte geben. Mal gucken, wie die Leute da aufreagieren, wie die Runde geht. Jetzt los. Braucht noch ein Sekündchen. Hast du's bekommen? Ja. OP hast du auch. Wünsche dir viel Spaß. Hä? Die gehen bei uns sogar irgendwie so einen Speed-Effekt, diese Schuhe. So, wir haben jetzt hier schon diese No-Knockback-Schuhe, wir hätten den aber so ein bisschen mit dem No-Knockback hier verarschen. Wir haben aber leider auch so einen Stärke-Effekt. Das ist gerade irgendwie das Problem, weil diese Schuhe geben einem nicht nur das Spiel, sondern irgendwie auch so einen Stärke-Effekt. Irgendwas ist mit diesen Schuhen falsch. Die Schuhe geben einem irgendwie komplette Effekte wie Resistance oder No-Knockback. Er schreibt auch schon Hacks wegen No-Knockback, aber das mit Stärke ist irgendwie das Problem. Weil ich wollte eigentlich nur eine No-Knockback-Schuhe, aber durch diesen Command kommt man auch noch Effekte wie Speed und alles. Äh, Knockback Resistance, Attack Damage und Speed, das ist ein bisschen problematisch. Er kann sich den Command nochmal einmal ausführen ohne, also ohne diesen andere Effekt, ne? Also das letzte muss man einfach nur wegstreichen, weil da steht noch Speed und Attack Damage drauf. Jetzt solltest du's haben. Jetzt? Ah, äh. Knockback-Schuhe, ja. Jetzt sind das wichtig. Dann lass ich die Runde einfach mal so normal. Lass sie kurz gewinnen. Dann lass lieber nochmal eine neue Runde, dass wir müssen fail. Hier, Leute. So, willkommen zur zweiten Runde. Äh, der gute Alex sollte mir gleich die Boots geben. Genau, hier. Und das sind einfach Boots, die er mir komplett Knockback-Dusen. Also durch diese Boots bekomme ich einfach komplett kein Knockback. Ich mach das jetzt nochmal so ein bisschen auffälliger, also nicht so auffällig und mach mir eine komplette Lederrissung. Dann sieht's halt so wirklich aus, wenn ich hacken würde. Und, ja, das bedeutet, ich bekomme hier einfach komplett kein Knockback. Sieht halt so aus, als wenn ich mit No-Knockback spielen würde. Und, ja. Und wirklich nochmal vielen Dank. Wir haben jetzt einfach die 17.500 geknackt. Sind jetzt schon bei 17.550 Leuten wieder. Und, ja. Also, er müsste jetzt glaub ich auch ein bisschen was schreiben, oder? Hier reagiert er direkt auf diese No-Knockback-Schuh. Ja, diese Reduce sind einfach komplett mein Knockback. Deswegen heißt das, ich kann hier einmal kurz rumlaufen mit ihm hier. So ein bisschen wegboosten. Und ich baue mich einmal kurz hier rüber. Muss doch ziemlich oft jetzt aussehen. Schreib mal was, schreibst du? Komm, schreib mal. Wir versuchen auch einmal kurz was. Machen wir nämlich mal kurz... Ich weiß nicht, ob ich den Komadmatch schon gefehlt habe. Ja, genau. Äh. Er schreibt auch schon cool was gehen. Set, genau. Geht das hier nicht? Hm. Niki, das Headblock-Command scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Er schreibt auch schon... Null Hacks, Bruder. Er schreibt auch schon direkt, dass ich hacken würde. Äh. Wir ignorieren ihn einmal kurz. Du gehst einmal kurz runter. Äh. Wir gehen ihn einmal kurz hoch. Gehen direkt zum nächsten rüber. Ähm. Lass mal bitte kurz in Ruhe. Dankeschön. Äh. Und Bonds einmal kurz direkt zum nächsten rüber. Weg mit dir. Mensch. Hör mal auf zu schlagen. Das nervt. Junge. Typ. Abuse. Warum kann ich das nicht auch schreiben? Nein, das irgendwie nicht. Ah, so. Jetzt kann ich schreiben. Und übrigens werde ich jetzt zu den 18.000 Abonnenten auch so einen kleinen Livestream machen. Wir hatten ja jetzt einen 24 Stunden Livestream. Komm mal her. Komm raus. Ich hab Yous doch nur. Wir hatten nämlich so einen 24 Stunden Livestream. Da wurde das Livestream ja nach 18.08 gebrochen. Weil meine Grafikkarte ja komplett kaputt ging und ich jetzt auch eine neue habe. dann ist mein Graf. Dann ist mein Graf. Generation 250. Lass mich einmal kurz hier nicht sterben gegen diese Leute. So. Wir gehen einmal kurz zu dir hier rüber. noch nicht einmal runter. Wir bauen uns hier so ganz random-like rüber. Jetzt mal gucken auf seine Reaktion. Bin ich jetzt echt mal gespannt. Hi YouTube. Ah. Er sieht leider schon wegen dem Regenerationseffekt. Ich hätte mir einen Regenerationseffekt leider nicht geben sollen. Meine Stats. Punkt, Punkt, Punkt. Alles gut. Ich werde dich nicht töten. Das Problem ist, er hat jetzt wegen diesem Regenerationseffekt gesehen, dass ich das bin. Also, dass das irgendwie niggler ist. Das ist das Problem. Du hast Regenpartie. Ja, das war mir auch leider klar. Effect Remus 4. Wir machen einmal kurz Effekt Remus Minecraft Instant Heal. Machen das nur für eine Sekunde, aber für 250. Das beinde ich mir einmal kurz auf meinen Autotext. Mache ich das hier kurz auf R. Save. So, und wenn ich R drücke, hier lege ich mich einmal komplett zu. Und wir machen einmal kurz R, denn hier haben wir uns komplett. Aha, das war jetzt mein Fehler. Okay. Wir lassen ihn einmal gewinnen. Das ist so ein 2 Tage. Ich weiß jetzt, wie ich das besser mache. Und zwar mache ich nämlich jetzt mit R. Da seht ihr diesen Hotkey. Dann habe ich Instant Heals. Und ja. Jetzt sehen wir das noch einmal in einer neuen Runde. Versuchen so ein bisschen Attacker zu leiden zu werden. Und ich habe übrigens gerade, also ich kann das so ein bisschen erzählen. Und deshalb geben wir gleich mal in eine neue Runde. Neues Video. Da sitze ich jetzt schon seit 2 oder 3 Tagen an diesem Video. Und das werden halt ins ganze Video mit eingebunden. Und ja. Da mache ich mal so ein kleines Video, was ein bisschen mehr Arbeit kostet. Du kannst mich jetzt gerne killen. Ja. Du kannst auch einfach false hinter den Befehl schreiben. Dann sieht man das auch nicht. Glaub ich. Irgendwas. Wirklich? Effect. False. Ne, dann. Ah, ne. True. Du musst slash effect, warmes, dann der Effekt-Name, Sekunden, Verstärkung und dann True. Das ist nämlich Verstecke Partikel. Siehst du jetzt gerade meine Partikel? Veränderationsartikel? Ne. Ich sehe keiner. Okay. Okay, gut. Dann weiß ich ja, wie ich das besser machen muss. So. Wir sind jetzt auch in der nächsten Runde. Ich habe mir jetzt, äh, äh, gut, Alex hat mir jetzt mal weitergehoffen. Das war, wenn ich dahinter einen True mache, dann sieht man den Effekt gar nicht. Also sieht man diesen Generations-Effekt einfach überhaupt nicht. Und ich weiß gar nicht, wie ich das ist, wenn ich mein eigenes Bett abbaue. Ich kann ja kurz mal Game Mode 1 gehen. Game Mode 1 gehen. Ah, ich kann mein eigenes Bett leider nicht abbauen. Ich weiß nicht, wie ich das sonst zerstören kann, ob ich da irgendwie R hinsetzen kann. Aber, erhittet mich gar nicht. So, wir werden jetzt mal so ein bisschen als No Knockback, also mit No Knockback so ein bisschen rumlaufen. Beste Abuse-Taktik. Und zwar ist das hier die Mrs.DNA Abuse-Taktik. Ihr seht hier schon. Man bekommt einfach überhaupt kein Knockback. Egal was man macht, man bekommt dafür überhaupt keinen Knockback. Und ihr seht schon, dieser Spieler ist zum selben Eindruck von diesem No Knockback. Ah, die Runden auf Nervous-Bets gehen so scheiße schnell. Nach einer Minute sind alle Betten schon immer weg, das ist das Problem halt. Und, was schreibt er jetzt? Was kann man auch zum Regenation-Effekt wiedergeben? Und zwar mit True, dann sieht nämlich niemand die Partikel hier dran. Ich mach einmal kurz hier. Ich guck jetzt, für mich das jetzt schon ein bisschen nubig anstellen. Wenn ich hier komplett mit No Knockback einfach nur spielen würde. Und so einfach so ein Hacker wäre. Und... Ach komm, schreib doch mal was dazu. Sie müssen mich doch irgendwie als Hacker beleidigen. Komm schon. Ich hab leider auch den Knopf, wo ich Optifine hab. Nämlich auch genau diesen anderen Perfekt. Ich hab einen mega Fehler gemacht. Ich hätte nämlich schon eine komplette Lederrüstung kaufen sollen. Dann wäre es nämlich nicht so auffällig gewesen. Hacks. Okay, er schreibt auch schon Hacks. Mal gucken, wie er darauf reagiert, wenn ich einfach sage, ich hab Yus doch nur. Das ist nämlich diese neue Klick-Technik von Mrs.DNA. Mal gucken, was darauf so ein bisschen seine Reaktion ist. Wenn ich so sage, ich hab Yus doch nur. Ja genau, ich hab Yus. 40 CPS. Mal gucken, wie die jetzt darauf reagieren. Ich werd mir einfach mega verarscht vorkommen. Stecken wir uns einfach so low hoch. Und... Anti-Storm. Der Anti-Storm, Leute. Der Anti-Storm ist da. Der läuft natürlich Hacker. Auch wenn ich eigentlich nur Abuser bin. Finde ich ein bisschen schade, die heutige BWs sind. Da beleide ich hier direkt jeden als Hacker. Äh, auch immer nur Abuser. Das ist halt ein bisschen unnötig, diese ganzen Leute. Aber, ja. Das muss so schlimm aussehen. Also, eigentlich ist das ja alles nur ne Yus-Taktik. Ich will gucken, ob es das aussah wie Tower. Bitte spiel fair. Was meint er damit? Warum soll ich fair spielen? Hat er irgendwas gegen Abusen? Kann nur noch mehr Grobfliegen. Und noch was High-Youtube. Ja. Der eine hat mich grad schon gecheckt. TPFVMes. Hier betenen wir euch einmal kurz hier alle hin. Schreibt euch mal kurz nicht an. Da ist einmal kurz... Fiesta. Für beide. Nein, du sollst... Du sollst fair tauschen. Sven. Ach Sven. Komm, du sollst fair sein. Sven, bitte. Und ne... Sven! Sven! Mensch! Sven, was soll das? Leckens. Wir geben jedem nochmal Diamond Roots. Diamond Sword. Und Sven, hör doch mal bitte auf, den Arm hier zu schlagen. So. Nicht hitten, nicht hitten. Wir machen das einmal kurz, weil es sonst anders bleibt nicht klappt. Wir können keinen Bad Root platzieren. Super. Machen kurz Obsidian. Wir bauen einmal kurz euch ein. Wir können das... Ich kann das alles nicht platzieren. Hör auf ihn zu töten! Junge! Lasst euch... Give... Tyranny... Diamond... Junge, was ist denn mit... Tyranny... Femmes. So. Give... Tyranny... Leute. Es ist doch nicht normal. Es ist doch nicht normal. Es fühlen sich hier permanent die ganze Zeit gegenseitig. TP. All. Bames. Curve. Diamond. Wie... Wie schwer ist es denn? Minecraft. Diamond. Chest. Blade. Leute. Hörst du mal auf? Junge, das sind ja wie kleine Kinder. Junge, du bist... Ist was mit dir? Was ist denn mit diesen Leuten los? Kannst du mal aufhören das hier aufzubauen? Junge! Es ist gut! Okay? So. Jetzt. Give... Junge! Es ist... Give at all Minecraft Boden unter... Ich. Sword. Effect. Rockball. Minecraft. Speed. 999. 999. 955. Kannst du mal aufhören? Go! Und? Nein. Alex hat da grad ein Loch reingemacht. Es hat jetzt beide reingemacht. Oh mann Sven Sven, man, 2005 ist es gut Ich will doch nur einen Fight haben Die 999 Werke 250 999 250 Go Wieder Speed Das ist ein kleines Speed 101 Da gibt es aber gute Hits hier Jetzt kommt aber wieder zurück Einer kommt wieder zurück 2005 Sven, 2005 Wird jetzt hier gecombo Sven, 2005 gegen Tyranny Tyranny Gibt jetzt aber nochmal bessere Hits Da wird es nochmal der spannende Endfight Das war ein Fehler mit dem Lacken Ja, und Tyranny hat gefallen Wenn ihr euch jetzt killt Wenn ein anderer runtersteht Bei dem wird das Bett abgebaut Ist jetzt noch alles klar? Nein, nein, safe Brauchen wir nicht Eben haben sie sich die ganze Zeit geschlagen Dann sollen sie sich jetzt auch mal die Köpfe einschlagen Ich gebe beide mal aus Publikationen einfach einfach auf Minecraft Stick Wer den anderen runterschlägt Schlagt den anderen runter Und ja, er hat verloren Schreibe ich dann noch gleich schnell, wenn er Schlagt den anderen runter So, sie müssen sich jetzt gegenseitig runterschlagen Jetzt machen sie es nicht Schlagt den anderen runter Und ihr habt verloren Und ihr habt verloren Jetzt schreibe ich doch mal so im Nachhinein Schlagt den anderen runter Und ihr habt verloren So, damit hat er mit der Fuldia hier verloren Dann wird jetzt mal sein Bett, sag ich mal, abgebaut Was ist das denn? Was ist das denn? 250 Dann entwickle mich auch einmal kurz Geh in den Game Mode Null Geh in den Game Mode Null Und sag Ciao! Ja, das war's mit der Runde Ja, das war's mit der Runde Und screenen können wir natürlich noch hier in der Lobby machen, wenn du Lust hast Schwerer produziertes Video Ja, das war's mit diesem kleinen Troll-Video hier auf Neuro-Trace Wie gesagt, nochmal vielen Dank an Alex, der das Ganze ermöglicht hat Und ich entnehme mich einmal kurz, weil ich ja könnte auch nicht hin Ich seh trotzdem auf den Nix gehen Okay, das war's mit dem Video Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Es wird dieses Tag bald ein 12-Stunden-Lightstream kommen zu den 18.000 Abonnenten Und wirklich vielen Dank Wir haben jetzt die 17.500 innerhalb von einem Tag wieder geknackt Und sind jetzt schon bei 17.550 und können heute vielleicht am 10.3. noch die 17.600 knacken Äh, knacken, wäre wirklich mega Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Haut rein Und ciao! Hab ich aufgenommen, bitte? Oh, ich hab aufgenommen Oh, ich dachte, hab ich mich aufgenommen Haha RIP Okay Ja, das war's dann doch noch nicht, weil am Ende kommen doch noch was richtig Geiles Ja, ich bin grad in die Runde rein, Spectator Also Siehst du die alle? Nee 2-5-5-2-5-5 Da fliegt einer noch Ah, ich schreib das jetzt auch noch niemanden hast Das ist viel lustiger, wenn du eine Runde beenden willst Also das hab ich immer gemacht, wenn wir die Server neu starten wollten Und auch irgendwelche Leute aufs Spielen waren Dann sind wir in die Runden reingegangen und haben denen einfach Speed gegeben, sodass sie runtergefallen sind Oder haben sie dann zu den Betten teleportiert Haha So, zum Beispiel dieser Motiv XD Warte Motiv Alter 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 Habt ihr aus? Wie sieht das aus? Nö Dieser Motiv XD ist sogar in Talklaunch 2 Die sind sogar in der Talklaunch drunnen Sollen wir runtergehen? Dieser Motiv XD, der grüne Ja, lass mir Talklaunch 2 sein Unter den ganzen Musikbinds Achja, ich seh's Warte Channel switched User joined your channel Hallo 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 Und Wie geht's? Gut Du? Bis auf dass die Runde hier grad laggt Alles gut, ja Was lag denn? Wir haben ja nicht irgendwie Überschuss Ich bin einfach schon wieder tot, ne? Ja, ich auch Hacklant oder so? Nein War alles so War alles so Das haben wir alle Ja, aber wohl irgendwie aus dem Speedhack oder so Ja, ja, wir haben übelste Speed Echt? Ja, aber das Habt ihr irgendwie so nen Hacklant oder so nen Paster? Nein Schon wieder Man wird halt automatisch runtergespeedet so irgendwie Man wird halt endlich Und das passiert gar nichts Ja, gib mal Slash, Bind, Speed, F ein Also dann beinest du in Speed Nein, du sagst eh gebannt oder so Nein, aber dann beinest du nur in Speedhack um Wenn du mit Speedhack wirst Beim Speedhack? Beim Speedhack? Wenn du mit Speedhack um Also wenn du einen Speedhack hast Weil sonst kannst du eigentlich nicht so Geht nicht Ja, aber wie willst du denn ohne klein zu umspeeden? Ja, das ist weg halt Ist bei allen Alter Ich wollte mir zu den Gegner zu laufen Weil du isst ja vonderlich So, Alter Wir bauen jetzt erst mal unsere Base hier Hä? Wie will der denn kommen mit dem Speedhack? Joooooo Add unser Bett Ne, ich bin was Ja, aber dann ist der ja Sales Supporter oder so Das Ding ist halt, ich trau mich nicht mehr aus der Base raus Welchen Server seid ihr denn? Also sie haben Tab die ID da Bitte? Welchen Server seid ihr denn? Leerungsfest Nein, nein, ich mein auf Tab Seht ihr die ID Und im Bett muss der da wohl drin sagt Ähm Nv 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 Der ist halt scheiße, weil... Was willst du machen? Ja, echt so. Ich glaub, das ist ein neuer Hack-Client. Der war gut, Alter. Ey, wahrscheinlich leider. Hey, Mist! Ich hab dich abonniert auf Youtube. Ich auch. Ich hab den Motiv jetzt erstmal gebannt. Digga, was? Ja, du speedest hier die ganze Zeit rum. Ja, natürlich, Digga. Ey, was hast du für ein Problem? Ja, wenn du hier die ganze Zeit mit dem Speed-Hack rumfliegst. Hahahaha Willst du dich verarschen? Alle speeden doch hier rum. Ja, da kannst du gerne eine Aufnahme oder so ins Forum senden. Aber wenn du hier mit Speed-Hack rumfliegst, dann ist es unnötig. Kannst du gerne auf anderen Server machen, aber auch Neo für mich. Ey, Digga, was nützt es mir denn? Ja, frag ich mich auch, warum spielst du denn mit Speed-Hack? Ja, mach ich doch gar nicht. Man sieht doch, wie du rumspeedest. Ja, wenn müssen wir speeden alle jetzt gerade rum? Ey, Digga, ich hatte mal einen Hack, aber den hab ich schon lange nicht mehr, Digga. Ja, aber ich hab doch eben... Der Speed, den du hattest, ist nicht normal. Ja, den haben die aber alle. Ja, ich seh jetzt nicht, aber alle anderen nicht. Ja, aber Mutti, Mutti, wenn du's gibst, kannst du halt noch auf eine Verbannung hoffen. Damit du's auf 30 Tage verkürzt. Kannst du bitte... Ich hab doch 30 Tage... Oh, okay. Warte, ich mach muss noch permanent. Als IT. Ja, wenn du mit Speed-Hacks einfach rumfliegst. Ich hab mich sogar als Supporter beworben, als ob ich dann hacken würde. Ich hab mich aber auch als Supporter beworben. Ja, jeder hat sich beworben. Hab mich gut abgelehnt. Der User wurde raus von deinem Channel. Du hast dein Channel. So, warte mal tief. Ja. Hm, naja. Kannst du dich noch entschuldigen dafür. Ich hab eben in der Runde... Ich hab's noch auf Aufnahme jetzt. Dass du da die ganze Zeit mit Speed-Hack rumgelaufen bist. Ja. Ja, alle laufen noch mit Speed-Hack rum, Digga. Ja, ich seh jetzt aber hier keinen. Also, ich bin in die Runde nachgejoint, wie gesagt. Und es gibt keinen Lack, wo ihr irgendwie Speed habt. Ja, aber alle sagen doch, dass sie Speed haben, irgendwie. Ja, aber es hat ja keiner. Und wie ich eben die Runde spektatet hatte, bist du halt die ganze Zeit rumgespeedet. Oh, junger Digga. Ich mach doch nichts, Digga. Ich hatte mal einen Lack. Aber das war mal in meinem alten... Ja, aber man sah's doch eben. Es gibt doch keinen Lack, wo du einfach Speed hast. Man sah doch in der Runde, wir sind doch nachgejoint. Da habt ihr gesagt, ich würde laggen. Und dann bin ich nachgejoint und man sah nur, wie du da mit Speed-Hack rumgelaufen bist. Digga, willst du mich verarschen? Das ist doch sel... Ey, Junge, ich kann doch nichts dafür, wenn ich mit einem Speed hab. Das ist Digga. Ja, Motiv, alles gut. Willst du mich verarschen? Ja. Du Fassi, Alter. Ist das okay, wenn du in deine Stimme im Video bist? Natürlich. Als... Als Optiker... Ich dachte gerade, ich hätte mir alles verkackt. Ich dachte gerade... Ich dachte gerade, Bewerbung am Arsch. Äh, bei Quattrix-Fan kann ich ja jetzt eh nicht sein, ne? Wenn ich auf den Scheiß-Server hier... Was heißt Scheiß-Server? Geiler-Server? Einfach gebannt bin, Digga. Ey, Digga, komplette Zerstörung. Ich dachte mir gerade erst mal so für einen kurzen Moment, fuck up, ne? Als ob... Hä, wo kann ich das Video sehen? Wo kann ich das Video sehen? Äh, beim... Morgen um 14 Uhr wahrscheinlich. Nein, also wenn ich das heute alles schneide. Auf welchem Kanal? Äh, bei Alex. Ja, bei Alex, genau. Ne, aber auf mein... Nein, bei... bei Veamus. Bei Veamus, okay. Warmes. Alles... Kannst du gleich mal suchen und abonnieren. Ja, mach ich jetzt. Die beste Entscheidung seines Lebens. Können wir einen Screen machen? Ich hab keine Ahnung, wo ich drauf mein Screenshot gelegt hab. Jo, danke Digga. Oh mein Gott. Ja, und daraufhin war's richtig lustig. Daraufhin sind nämlich die drei anderen Leute, die wir jetzt nicht mit hochgemoved haben, in den Support gegangen und haben gesagt, Hey, dieser mit dem YouTuber-Rank Veamus da, der bannt einfach Leute weg. Und der Mod, der da halt im Support war, war auch erstmal komplett verwirrt. Und dann sind ich und Alex da nochmal reingegangen. Hallo. Was ist denn das Problem? Also, er meint, dass die beiden meinen, dass du in den Team-Speak gekommen bist, die ihnen gesagt hast, dass du die Speed-Hack hätten und die seinen gebannt hättest. Niii. Ey, boin, boin, boin. Also, ich hab nichts gemacht. Hallo. Alles? Natürlich. Hey, Leute Digga, alles okay, alles okay, alles okay, Leute. Warte, warte, lang, warte, Motive, ruhig, warte. Ja, okay. Ja, da hab ich Alex nochmal schnell darum gebeten, ihn rauszumoben, weil er wollte das gerade alles nochmal auflösen. Aber wir wollten die Leute jetzt noch, so müssen wir weiter verarschen, seine drei Freunde da. So, das Ding ist, er hat jetzt zugegeben, er hat jetzt auf 10 Tage verkürzt bekommen. Also, bei ihm alles. Ja, aber er hat ja nicht mal gehackt. Doch, er hatte ja Speed in der Runde. Ja, ich auch. Ja, wir hatten alle Speed. Da kannst du uns aber auch bannen. Er hat jetzt aber jetzt für 10 Tage noch seinen Bannen und bei euch hatte ich sie nicht gesehen. Ja, das ist aber auch gut als Scheiße. Vielleicht kann mir das Reca nochmal angucken, vielleicht sich da ja auch, dass ihr... Also, wenn du uns bannst, dann musst du alle aus der Runde bannen, weil es haben alle irgendwie Speed gehabt. Ja, aber ich hab jetzt irgendwie... Irgendwie hab ich jetzt auch keine Lust mehr auf das Replay. Ja, aber ich hab jetzt irgendwie keine Lust mehr auf das Replay. Also, er bleibt gebannt, ich weiß jetzt nicht bei euch. Ja, ich... Ich hab mir ehrlich gesagt, überhaupt keine Lust mehr, das Replay anzugucken. Ey, warm ist, du bist bester Mann, Alter. Ja, ich... Ja, ich... Diabonier dich einfach gleich. Ja, war alles n... 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 Also war das jetzt n... Prank? Umgangssprachlich geprankt. Ich hätte zum nicht mal Bannrechte. Das war ich, also das hätte eigentlich auch auffallen können. Ey, kommt das jetzt auf YouTube oder was? Ja... Ne, das kommt wahrscheinlich auf Vidme, lol. Ey, kommt das jetzt direkt auf YouTube? Ey, Alex, wir freuen uns in der Wartezone. Ey, ich seh schon. Ich hab aber jetzt keine Lust auf den. Dann abonniere ich dich eben, ja. Du kannst in der Wartezone move'n. Ja, ja. Ich geh jetzt vielleicht was essen. Jetzt war ich dann okay? Kann das ein Video mehr? Ja, klar. Ja, ist okay. Ich versteh mich ja nicht, weil ich Scheiß-Wikro hab. Alter, ich hatte grad so Herzklopfen, Alter. Ich hab gedacht, du bandst mich jetzt auch weg, Alter. Ich hab so auf einmal mit so aus der Runde gebannt und ich hab so gedacht... Ja, alles klar, Alter. Alter. Ey, ich war über den Trickern. Ich hab einfach auf jeder möglichen Seite über die Hater-Kommentare gebracht, Junge. Alter. Du böses Ding. Wann kommt das Video? Ich kenne auch bei jedem Erdungsweiß-YouTuber hätte so Hater-Kommentare geschürt, Alter. Oh, Junge. Ich muss jetzt mal runterkommen, Alter. Erstmal einen warmen Kakao trinken. Ich bin mal kurz wieder afka. Tschüss. 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 Ah, tschüss. Ich hab mich so weggepisst, ey. Ich muss mich auf die Lippe beißen. Ja, aber hättest du das mit dem Bannen ernst gemeint, ne? Dann, ohne Scheiß, ich hätte jeden Lernungsweiß-YouTuber so Hater-Kommentare reingeschaut, ne? Alter. Alter. Alter, ich hab halt alle auf die Hater-Kommentare reingeschaut. Ich wär von YouTube gebannt worden für diese Scheiß-Kommentare, Alter. Ohne Scheiß. Ey, da läuft ja. Da läuft ja. Können wir Scream machen, bitte? Klar. Sollen wir den Motiv auch noch mal reinmufen? Ja, das ist doch jeder, oder? Den hat man rausgerufen, dass er jetzt nicht so viel verrät. Alles klar. Ja, können wir den Freer-Runde zusammensorten, wenn nicht? Äh. Ja, ohne Witz, ey. Ja, daraufhin habe ich als, ich sag mal, Entschädigung noch eine normale BW-Runde mit ihm gespielt, nach dieser, ich sag mal, Chaos-Runde. Und ja, ist ein ziemlich langes Video gewesen, aber eigentlich war auch nur dieser In-Game-Prank geplant und das mit dem TS-Pranken alles kam noch ziemlich spontan. Ich hoffe trotzdem, das hat euch gefallen. Lasst doch eine positive und oder negative Bewertung da und haut rein und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video, was wahrscheinlich das Video sein wird, wo ich jetzt schon seit zwei Tagen dran sitze. Ciao!